ups so mache ich erst mal das hier kaputt vielleicht komme ich dann nicht mehr wieder hoch allerdings leckst du nach ne moment ist da oben was scheint was zu sein so was auch immer dass es gerade war gut war es bestimmt nicht aber es musste wahrscheinlich sein ich da runterfalle dann einfach dann direkt da drauf fallen am besten so au die verdammt die schießen ja hohoho das war knapp nein 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 so was war jetzt bin ich da voll reingesprungen das sieht nach geheimnis aus du hast eine energie zelle bekommen das ist schon gut hat sich so gelohnt zu sterben dass wir es hier noch gefunden und gekriegt haben das ist nämlich erledigt wenn ich jetzt ja auf ja auf dinge später kann ich das nicht einsammeln nein 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 raus da raus da raus da da krieg ich so viel auf die nuss hier So, wieder einsammeln Alter, wie schön der dann so springt Einfach drauf loslaufen Und platt machen Alter Da hat er mich aber trotzdem erwischt Nein, 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 da rauf, raus, raus da Leben, ich brauche Leben, ich habe Angst Ist hier Leben drin? Nee, das ist das Sprungdinge Ich könnte ja könnte speichern das leben das ist eine natürliche Barriere was heißt natürliche war eine Barriere hm ich will nicht darüber springen wie komm ich da rein ah hier da muss ich gedrückt halten oder schieben das sind nicht so ein Dinge hier zum festhalten zum schieben so ein Stein ZR das ist doch so ein das war so ein Stein zum schieben Moment jetzt ist der ja da der ist doch nicht mehr ich bin mir ziemlich sicher so ein Schiebestein hier ist aber wahrscheinlich komme ich von der anderen Seite und kann den dann rausschieben äh habe ich nicht mit gerechnet dass das Vieh auch wieder da ist hier komme ich nicht hoch kann ich vergessen da kommst du her wie 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 kommt komm ich da so kann man nicht dass wir da irgendwie noch hinkommen so ah hab ich schon wieder was erwischt ich aufgepasst hab bäms einfach mal mit weggebämsed komm aber noch nicht dran und drauf da jetzt muss doch hier auch irgendwas bedeuten haben dass ich hier rein kann oder komme ich nicht hoch oh ich dachte gerade ich kriege jetzt hier Damage hier verbindungsbereit ich glaube ich speichere halt einfach auch mal bäms 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 alles weg man zack 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 und jetzt hier einfach runter und dann da hin aber was ist noch mal das Kartenfragment du hast ein Kartensteinfragment gefunden bringen wir es zu einem Kartenstein um deinen neuen Bereich einen neuen Bereich der Karte freizuschalten äh ist auch wieder was wo ich nie drankomme ist auch blöd Guck mal was ich hier aah aah gut dass ich gespeichert hab hat das Leben so ich glaube ich nehme erstmal dieses kartenfragment hier dann gucke ich dass ich hat nicht ganz so funktioniert wollte aber ich lebe mein leben ein kleines hartes leben man sieht schon viel mehr rechts geht lang und dann mit der rechts kommen wahrscheinlich überhaupt gar nicht hin das heißt da hinten oben da ist auch der normale weg weiß gucke ich gerade mal diesen bereich da wo ich dann auch in der wand schicken komme ich denn da rein weil von da unten also jetzt hier so mit sich da da kommt ja niemals da hoch sind das gehen mit der wir auch noch gewesen das ist ein bisschen dunkel da die ecke da wäre auch noch was gewesen also noch schon ein bisschen was aber wir haben nur zwei portale hier bist du jetzt noch portal haben dann ist hier noch eine komplette da noch der weg zurück zum heimat also schon da wollen wir nicht da lang kommen nur da rein so gut bei allen speichern 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 drückzeiten ich hätte gedacht ist dieser kokon der dornensohn der mich doch noch erwischt naja ich eigentlich will ich ja noch gar nicht hin was soll ich hier hin erstmal noch hier gucken irgendwie hatte ich gerade Angst ach guck mal das hier der hat da ebenso so blasen hingemacht Aua dieses wisst dinge ne gleich haben wir wieder ein leben mehr da müssen wir gucken dass wir da wahrscheinlich hier so ein um die steine jetzt kaputt zu bekommen ah jetzt vielleicht ne ok die tun dem stein tut das Zeug nix vielleicht mit meiner mit meiner bärmskraft auch nicht jetzt haben wir schon zwei fähigkeitspunkte jetzt haben wir schon zwei fähigkeitspunkte ach ich komme da nicht drauf und ne will er nicht uah 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 ich glaube ich will speichern der ist ja auch wieder ist da ich gebe viel energie das war jetzt viel energie gegeben aber ich bin auch gut wie tot ja lass mal ja oder ach komm wir speichern schütteln was drauf wenn ich sterbe bin ich auch wieder da So, ähm, ja Jetzt stehe ich ein klein wenig Auf den Schlauch Eigentlich wollte ich gerade Ähm, Spyware aufnehmen Upsala Genau, hier war das Aber der sollte eigentlich da runter Egal Ähm, machen wir erstmal den hier kaputt Ja, ich hatte, ähm, also die Aufnahme Jetzt mittendrin beendet, weil wir los wollten Mussten Und dann wieder gestorben Komme ich immer nur mit einem Lebenspunkt Raus? Ist ja blöd Hä, warum komme ich denn jetzt da nicht mehr hoch? Au, wo, 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 wo Wo hat der mich denn jetzt getroffen? Wo, wo, wo war da jetzt Der Gegner? Wow Also immer nur mit einem Lebenspunkt rauszukommen Das ist schon Ist schon echt riete Aber das kann man ja skülen Ach, hier bin ich ja jetzt Eigentlich, eigentlich will ich doch Will ich doch hier lang Wow Das ist natürlich jetzt Wieder absolut gefährlich für mich hier So Aber zumindest Auch Lebensenergie Und Die andere Energie Auch wieder eingesammelt Halt, deswegen ist das Das Ding ist wieder respawnt Ist die Frage Ja, geschafft Genau das wollte ich ja die ganze Zeit Ja, nicht nur Ah Und da haben wir auch einen Lebensseller gefunden Du kannst Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren Und finde weitere Lebenszellen Um deine Überlebenskraft zu steigern Ja Das wollten wir Aber wusste aber nicht, dass es hier Ups Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht Egal Ähm Da weiß ich gar nicht, wie ich an die Screenshots von der Switch Wie ich da rankomme Die sind wahrscheinlich auf der SD-Karte drauf, ne Mh So, wir könnten nach Wir müssten eigentlich nach da gehen Aber nach da Können wir Auch Weil hier natürlich relativ Sieht ja interessant aus Da Aber ich vermute eigentlich mal Dass wir eigentlich doch erst da hin sollen Weil es da so hin blinkt Also Das ist doch eine recht große Zone hier Dieser Weg Gehen wir lieber nochmal Ah, verdammt Nicht da voll reingelaufen Ähm Jo Zack, 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 zack Rauf hier Und dann Bums Was habe ich denn jetzt hier Da habe ich jetzt gar nichts bekommen Dafür, dass ich das kaputt gemacht habe Weg mit dir Ja So Dann Ach, diese Dinger hier im Vordergrund Ne Ein bisschen aufpassen Kleine Viecher Ah Warum nimmt er nicht erst mal die Die direkt vor mir sind So Das wäre ja einfacher Wow, wow, wow Uri, Uri, Uri Ah, okay Muss ich hier Okay, jetzt bin ich ja relativ safe Mal schieben Warten wir Sicher ist sicher Okay Wir müssen wahrscheinlich nicht weiter mitschieben Ah, wir haben einen Teleportartar gefunden Ähm, ja Okay Können wir jetzt hier wieder zurückreisen Aber wir wollen ja Zu dem Baum Mensch Gucken wir nicht den nächsten hoch Ah, wahrscheinlich da einer Da hinten erst mal Wieder zurück Oh Wahrscheinlich muss ich da rauf Aber Äh Autsch, 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 Autsch Dafür brauche ich den Stein Kann ich mich jetzt da heilen? Ja Wenn ich hier speichere Dann heile ich mich auch Ich dachte ich hätte gerade den falschen Knopf gedrückt Aber war schon der richtige Oh, das war knapp Äh 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 Ah, verdammt Ich muss jaung Weißt du Was für Still Hast du Da willst du Ich bin Tschüss War